Weiß ich doch nicht, wurde er gebäht. Ist er auf reingekommen? Warten wir auf den zehnten von denen? Ja, der ist da. Los geht's. Aufgeräumt wird jetzt. Kralat ist unterwegs! Ja, die Nade war wieder mal voll fail. Ich bleibe hier. Läuft alle vier durch, ich bleibe hier. Ich gehe meinen Scheiß. Da will jemand die Punkte geiern. Lauf doch durch, Charm. Ich mache die hintere Treppe. Achtung! Wir haben das Einsatzziel oben! Ja, ich zuck die hintere Treppe. Ja, ich mache die hintere Treppe. Rechte Seite bei Ticket. Nein! Links, 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 links. Links, 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 links. Stopp. Der Striper. Habe ich geanimiert? Ja, vielleicht. Keiner verhattet, keiner los. Reiter, benötigst du Hilfe? Doch. Hier ist ein Medi-Cat. Arbeit Männer! Over! Maschinen! Im Gang! Der ist halt für die Hilfe, Dodge! Hier ist ein Medi-Cat. Himmler. Danke, Dodge! Du bist echt ein Lebensschreiter! Vorsicht! Du hast was gut bei mir, Mann! Nein, lass das mal sein! Meinst du jetzt, äh... Spawnrapen sein lassen, oder? Äh, einnehmen. Mach's gut bei mir, Mann! Was ist das? Sorry, mein... mein Patruder war... Hol dir das Medi-Cat! Ach, niemand. Daran geh mal... Ammo. Hebt die Munition auf! Schieb wir warte! Wir warten, dass wir kommen. Am Van ist einer. Ja, ich renne schon raus, weißt du, ist es nicht. Ja, komm. Soll ich mal Späher spielen? Geh die... Geh die Tickets nehmen, das wird schneller runter. Raus, raus, raus! Da liegen! Ja, ich kann alleine einen nehmen, weissch! Keiner. Schau, ich hab's gewichtet! Wir rennen mit dem... dieser Bus. Das ist gut. Wir haben uns wiederbelebt. 6... 2... Das Einsatzstil wurde neutralisiert! Eins! Wie wird die Fenner jetzt abwackeln?! Da weiß ich, ich hab 40 Schuss im Magazin, da geht's gut! Wenn wir mal eingenommen haben, gehen wir... ...zurück zum Picketschalter, ne? Jo! Bäh! Das Einsatzstil wurde erobert! Over! Achtung! Wir haben alle Einsatzziele gesichert! Frei über die linke Seite! Frei über die linke Seite! Frei über die linke Seite! Sind doch schon alle tot! Wieso schießt ihr noch? Achso! Ich dachte... ...wenn wir jemanden! Na halbe Stunde lang rauf... ...wenn sie in den Toten wohnen liegen! Verdammt! Das Einsatzziel ist weg! Over! Hier ist deine erste Hilfe! Schnapp dir das Medikin! Uwe ist schon ganz eifrig ganz vorne dabei! Ja, direkt vorne! In den Start bestanden! Über links! Bitte! Hinten kommt einer Reitscharab! Lass einfach mal ran! Du, Ammo! Das Einsatzziel wurde neutralisiert! Machen wir das extra! Recht spielen! Wie geht das nicht so? Achtung an alle Einheiten! Wir haben das Einsatzziel erobert! Wir haben das Einsatzziel erobert! Hey, nimm! Nimm dein Medikin! Okay! Zum Jubeln ist es noch zu früh! Ist es gerankt? Es wird geschafft! Aber alle Einsatzziele gehören uns! Dann können wir nur ruhig länger spielen! Das ist ja auch scheiße! Ganz streißig! Und das! Nur durch Tode! Das Pizza! Das Pizza! Hier ist dein Medikin, Mann! Hier ist deine erste Hilfe, Mann! Hier ist dein Medikin! Hier! Krieg dich damit wieder zusammen! Drei Stück! Boah! Das Einsatzziel wurde! Drei Stück! 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 LCAR dishonig! Drei Stück! Drei Stück! farb! Drei Stück! Drei Stück! Alles meins, alles meins Das Einsatzziel wurde neutralisiert Der Hesse Wie ist dein Medikin? Brauchst du Hilfe? Brauchst das gerade so dringend Ich habe deine erste Hilfe Achtung, Achtung Wir haben das Einsatzziel erobert Ich habe deine erste Hilfe für dich Wow, fuck, da bin ich im Hinterhalt reingekommen Dann stand er irgendwie am Boot Ne, da ist noch ein Medik Scheiße, Banate Nein Kommst du wieder auf die Beine? 灰 Wir sind voll leer Achtung, Achtung Hättehea, B klar weiten die grosse Sicht Ich glaube ich nehme Zeit bei mich. Oh ne. Gleich wieder drauf fahren. Hier! Dein Medi-Kill! Da hab ich nicht mal wie geschnackt. Was kann ist erlaubt? Ja. Was kann wäre erlaubt, aber... Das muss nicht sein. Ah, Elsa Tower! Das kann sein. Die ist halt nur draußen, oder? Ja. Was? Ich hab was sagt, aber so richtig. Oh fuck. Grube, du heilst mich. Grube, du heilst mich. Ich hab mich gerade geheilt und ich bin dadurch gestorben. Ja, ich bin ja... Ja, da komm. Wo war einer drin liegen? Oh, ich bin nicht mit der Pistole! Boah! Lass mal wieder Waffe wechseln. Oh, da wo ist sie? Ja, ja, ja. Ah! Shit! Hey! Schnapp dir das Medi-Kill! Nimm das Medi-Kill! Nimm das Medi-Kill! Ah, nee! Das schickt wieder Shotgun! Warte es nicht, mir hier weg zu sterben, Warte! Warte es nicht, mir hier weg zu sterben, Warte! Warte es nicht! Warte es nicht! Dreh Hälfte. Nimm sie die Position! Hier drüben ist deine erste Hilfe! Kann auch Versorgerspiel fahren. Hier! Dein Minikit! Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die sind irgendwie bei B. Einsatz ziel gesichert. Wir wollten nur noch nebenbei bemerken. Die kommen gerade von ihrem Spawn, da steht es für mich noch drauf. Freundlicher Soldat, ich schieße die nur ab, wenn ich meine Gleichzeit geschossen habe. Ah, ey. Ich gar nicht. Mit uns hat nie jemand mitleidt, wenn wir gebase-raint werden von so einem Masterclass. Pass auf, Junge. Ja, hier ist dein Medi-Kick. Ich stecke hier echt in der Klüppe! Bleibt bei uns! Bleibt bei uns! Wir haben das Einsatzziel erobert. Over. Mach auf, Quote! Mach auf! Hier ist das Medi-Kick. Auf! Auf! Mann, Mann! Was ist jetzt so? Was? Hetzt jetzt. War gerade. Ich sehe das, steh. Hetzt ja fast noch zu weit, also zu viert auch. Ich hätte mal zu dritt gewonnen. Ich hätte mal zu dritt gewonnen. Jetzt wird über 3 ist schon. Also, das A liegt jetzt. Ich habe da gerade bei A und R und 3 Minuten alleine überlebt. Auf, auf, dann! Das ist vielleicht ein bisschen hart gewesen, aber... Ach, da steht schon wieder einer. Ich sag, wann laufen die Beine? Wenn Markus nicht mitspielt bei den drei, dann könntest du das gewinnen. Ja, ja. Danke, danke. Ich nehme mal diese müdige Sau rüber reinsteigen. Ja. Jetzt ist, jetzt ist Ende bei mir. Und mit so einem MG-36. Neben hat er ja auch noch zu viel. Ja, und im Medic. Die Hier ist das Medic-Hit. Hey, noch einmal. Ende da. Hier kommt das Medic-Hit, Kumpel. Rattatme! Los, lass mich hier alle halten! Ich muss es immer lecken, wenn ich raus springe und sie ziehe. Nein, russischer Einsatz, nein. Nicht bei mir spawnen. Ich hatte schon Nemesis teilweise. Ah, nicht russisch. US-Einsatz. Aber wir verlieren ja wieder B, sonst ist gerade rechts. Da ist nur einer. Hä? Sunny, dringend! Scheiße! Was? Wo? Was ist denn da los? Habt ihr euch alle Daumen geschossen? Nehmt mich auch. Markus, jetzt kommt mal Grubel. Jetzt geh ich mal rein da. Armin, hätte ich gerade Nemesis gehabt. Spawn und werde direkt um. Halt und Halt und Halt und Halt. Der kommt mit der anderen Seite, ich spreng um die Ecke. BAM, kommt der andere von der Seite. Scheiße, haltet euch Kleiner! Der wird sich jetzt wahrscheinlich gerade mega feiern. Ich renne da mit dem Privilealator durch und ich komme total rein. der Text, du hast mich doch, oder? Ach, da hinten hängt leider ein Ticket. Ach, da hinten hängt leider ein Ticket. Da sind nur noch vier Händen unter dir. Boah! Oh, ich hab' ihn! Boah! Oh! Ui! Ja, ich hab' alle noch. Das sind mir ja bekannt, ne? Alles rettend, egal was. Egal wo. Hey! Hey! Boah! 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 Ja, weiß ich. Hinter der. Von hinten! Von hinten! Hier ist dein Medikit, Mann! Das ist so mies, dass ich grad nix treff. Ja! Ja! Ich hab' Die schützen in eurem Gebiet. Ich versagt's auch wieder beim Ape. Aber die sind jetzt nicht so schlecht. Aber die können zielen, auf jeden Fall. Bleib bei mir, Steiner! Bleib bei mir, Steiner! Bleib bei mir! Bleib bei mir, Steiner! Bleib bei mir, Steiner! Bleib bei mir! Rechts ist einer! Da sehen die auch gar nicht! Rechts ist einer drin! Drei sind rechts! Drei sind rechts drin! Drei sind rechts drin! Jetzt hab' ich den Angst! Oh, nee! Hör! Hey! Da bring dich zurück! Wollen wir ordern, Alter! Hier vorne sind die von zwei! Da hat er doch nicht so Pussy und rennt da langgegen! Mein Gott, ey! Die sind schon wieder an der anderen Seite! Die beiden! Drei? Oh nein! Dann wird halt Dann hab ich dir den Arsch weggeschossen Hier! Dein Medikit! Alles weggeholt Wir müssen natürlich wieder reindrücken Noch ne Runde Ja leider Ich pack jetzt erstmal Lass doch einfach spielen, vielleicht denken sie sich, dass sie uns jetzt in dieser Runde fertig machen können Weil die die bessere Seite haben Jetzt haben wir die bessere Seite, ne? Ja Weil Banana Boys hat sich bei SquadFresh eh noch nicht gemeldet Und wenn die sich jetzt melden, dann sag ich ja Wir verschieben das Match dann noch Leider noch Bisschen Bei Banana Boys ist aber jemand im Chat, ne? Ja, ich seh den, ich seh den nicht Halt mal rein was Ich kann ja nix sehen Vor ne halben Stunde war noch jemand im Chat Ja, ich seh da irgendwie, zeigt er mir an, dass da einer drin ist Aber ich seh die nicht drin Die drin sind Aber nein Da ist drin Ne, ist keiner drin Ne, ist keiner drin Ne, ist keiner drin Vorhin war noch der, der, der Wie heißt der jetzt? Die drin Die drin Die drin Die drin Die drin